Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesen Montag, dem 14. Dezember 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 927 und heute mit den folgenden Themen. 6850, Neon, Xbox Game Pass, Syria, Michelin und Weihnachten. Ich beginne gleich mit dem ersten Thema und das ist die Fritzbox 6850 LTE. Jetzt ist sie endlich da, auch bei uns in der Schweiz erhältlich. Die LTE-Box, die kleine, die mobile, die man im Büro oder zu Hause, wie auch immer nutzen kann und damit mehr Netz, schnelleres Netz oder besseres Netz für sich nutzen kann. Wie man das kann und so weiter, das habe ich euch in einem kleinen Blogpost auf dem pokips.ch-blog schon mal angerissen und natürlich habe ich euch auch ein kleines Unboxing und Einsatzgebiet, mein Gott, das Sprechen ist manchmal schwierig, Einsatzgebiete, Video dazu gemacht. Beide sind separat in unseren Shownotes auf daily.geektalk.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens natürlich mit verlinkt. Dann gibt es Neuigkeiten, nachdem in der letzten Woche, ich bin gar nicht sicher, ich nehme an, der Achim hat das nicht mit reingenommen, nee, hat er garantiert nicht, die PostFinance endlich auf den Apple Pay Zug aufgesprungen ist, also zumindest gesagt hat, dass es im Verlauf des Jahres 2021 soweit sein wird und die Raiffeisenbank nach über einem Jahr der Ankündigung immer noch nicht da ist, hat jetzt Neon wieder mal nachgedoppelt. Sie haben ja schon länger gesagt, irgendwann kommt es noch, also auch hieß es mal in diesem Jahr, aber jetzt hieß es, es kommt bald. Ein Datum wurde nicht genau genannt, wieder wurde darauf hingewiesen, dass es aus Problemen der rechtlichen Sicht noch nicht kommuniziert werden durfte. Ich bin mal gespannt, ob sie das auch später noch auflösen werden, um was es da genau ging. Und Microsoft, die hauen ja richtig auf den Deckel, wenn man so sagen möchte. Sie haben ja angekündigt, dass dieses Jahr voll und ganz im Motto der Xbox Game Console, also generell dem Game Pass und der Spielegeschichte geht und da haben sie jetzt nochmals richtig nachgedoppelt nach den ganzen Zukäufen im zweiten halben Jahr, in diesem 2020, kommen jetzt bis und mit Ende des Jahres, also das heisst in den letzten, was haben wir noch, circa 10, 15 Tage, noch 17 Neuzugänge mit dazu. Was da alles drunter ist, The Dark Picture, Monster Train und so weiter und so fort. Auch das haben wir natürlich verlinkt und könnt ihr gerne einsehen für denjenigen, den es interessiert. Für mich wird dieser Gaming-Dienst immer interessanter und spannender, weil da wirklich eine brachiale Anzahl an Spielen mit drin ist, für ein doch sehr überschauliches Entgelt, was man da abdrücken darf. Vor allem, wenn man es dann vergleicht zu dem, was ich euch in der letzten Woche mit der Breaking News-Sonderfolge vorstellen durfte, mit Google Stadia, die dann doch ein paar Titel weniger mit drin haben und vor allem auch ein paar weniger grosse Titel, muss man dazu sagen. Aber auch das ist sehr, sehr interessant. Dann gibt es eine Klage ohne wirklichen Hintergrund. Der Sydia oder Sydia, keine Ahnung, wie man das ausspricht, der hat früher mal einen Jailbreak angeboten und die Möglichkeit, eben einen Store zu haben, wo man alternativ auf Apps zugreifen konnte. Also alles nicht so sauber und nicht ganz so legal, logischerweise. Und der verklagt jetzt Apple eben auf, weil sie eine Monopolstellung bei iOS haben und keine alternativen App-Stores erlauben. Also natürlich eine Ansage, das ist klar, sowas kommt irgendwann mal, dass das genau von ihm kommt, der sein Projekt ja eigentlich schon vor ein paar Jahren aufgegeben hat. Wann war das? Ich glaube vor drei, zwei, drei Jahren circa hat er das Ganze aufgegeben mit seinem Cuts- und Ausspiel in Richtung Apple. Und genau der klagt jetzt in Richtung Apple, auch ohne genannte Schadenersatzsumme. Somit ist das natürlich fraglich, weshalb und mit welcher Motivation und oder wer da noch im Hintergrund mithilft bei der ganzen Klage. Aktuell stehen noch weitere Details zu der ganzen Geschichte aus. Ich denke, das wird uns in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht noch ein bisschen begleiten. Nicht Michelin, das sind ja die Sterne der Köche in der Michelin. Oder wie spricht man diese Reifen aus? Einfach die Reifen, ihr wisst, welche ich meine. Die mit dem gut eingekleideten Männchen. Die sollen bis 2023 bei den PKWs jetzt komplett mit RFID-Chips ausgestattet werden. Etwas, was bei Lastwagen, also bei LKWs schon länger der Fall ist, kommt jetzt auch in den privaten Gebrauch, also bei privaten Nutzern in die Autos oder eben nicht an die Autos, besser gesagt. Und damit soll man besser und generell auch intelligenter mit dem Reifen umgehen können. So soll man dabei zum einen die Information bekommen, wie der Reifendruck ist. Man soll auch die Möglichkeit haben, die ganzen anderen Zustände mit zu übertragen, was natürlich zusätzliche Sensoren benötigt. Aber man sieht auch gleich, was man für Reifen drauf hat. Wegen eben diesem RFID-Chip kann dann auch aufgrund der Temperatur ein intelligentes Auto zum Beispiel warnen und sagen, du hast immer noch die Sommerreifen drauf im Winter oder umgekehrt. Oder die sind jetzt schon so und so viele Tage, Woche, Monate drauf. Vielleicht solltest du die mal checken gehen etc. Also ganz viele schlaue Geschichten sollen da mit Einzug erhalten. Ich bin mal gespannt, wie das kommt und vor allem, wie das aufgenommen wird. Aber bis 2023 sollen anscheinend alle die Reifen, die aus dem Haus Michelin kommen, damit umgesetzt werden oder damit ausgesetzt werden. Zu guter Letzt habe ich euch noch einen kleinen Tipp. 10 Weihnachtsgeschenk-Ideen. Wer noch nichts hat für seine Kinder, dem habe ich einen kleinen Blogpost zusammengestellt mit aktuellen und auch schon älteren Spielen, die ich aber finde, man immer wieder mal auch an Weihnachten aufwerfen kann und tolle Geschenksideen sind. Wer da noch was sucht, geht gerne in die Show Notes und oder eben im Podcatcher Heus Vertrauens und klickt auf den Link. In diesem Sinn, besten Dank fürs Reinschauen, euch einen schönen und erfolgreichen Tag und morgen, ich verspreche's, bin ich wacher. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.